Hey ja und willkommen zu Bad Nr. 5 von der... Oh man, ich will mal der Hobbit sagen. Das ist ja der Lego, äh, Lego der Hobbit, so. Und ja, wir sind jetzt mit Ober-Gandalf hier, aber wir wollten ja eigentlich... Darf ich mal hier hochgehen? Sammeln aber gerade eben noch die Punkte ein. Wollte ich aber mal... Was ist das denn hier? Warte, was ist das? Können einsammeln. So, sammeln erstmal ein. So, was war denn hier? Ja, folgenden Hilfsstudien zu deinem nächsten Ziel. Der Weg ist auf der Minikarte angezeigt. Okay. Äh, Extras. Ne, das ist was anderes. Okay, hier sind überall Fragezeichen. Keine Ahnung, was die machen. Wie kann man denn hier so einen Charakter freischalten? Und wir werden mal einander sagen. Wirst du jetzt nicht... Geschichte, Freispiel, nein. Jetzt halte ich die frei. Ach, hier unten. Hobbits sind seltsame Wesen. Filmsequenzen oder was? Ist was dir gerade gar nix... Gar nix... Ich will das beenden gehen. Zurück nach Mittelerde. Level verlassen. Jo. Keine Ahnung, was das ist jetzt. Ähm, gucke ich mir später nochmal an. Aber wir wollen erstmal zum Fragezeichen. Wir haben ja schon zwei Minuten verblabbert. Oh, die Dinger sind wieder da. Oh. Also, ich glaube, die im Spiel jetzt selber hier so die Dinger. So, wegen ihnen relativ wenig. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. So, das Ereignis hier. Das Ereignis. Hallo? Okay. So, ich habe Möhren, Stühle, Deckchen. Was brauche ich noch für eine Party? Oh, ich weiß. Ein Mietril-Morgenstern würde für Unterhaltung sorgen. Der glänzt so schön. Könntest du mir einen schmieden? Dafür gebe ich dir etwas, das dein Vermögen verdoppeln wird. Oh, ja. Ich nehme die Möhrchen mit, ne? Gott. Wie komme ich denn da hoch? Gott, derf! Wie komme ich da hoch? Na, ich habe keine Ahnung, wo ist hier eine Schmiede? Wo ist hier eine Schmiede? Ach, wir haben doch eine Getty. Wer möchte ein Stück Kürbiskuchen? Das bitte! Ach so, da. Hallo Frau! Oder Mann! Was jetzt? Was jetzt? Die Gäste auf meiner Party waren ein wenig, sagen wir, ausgelassen und haben beschlossen, aus meinem Bett eine Hüpfburg zu machen. Zusammen mit all den Honigkuchen, die wir verspeist haben, hieß das Krach-Lebwohl-Bett. Du könntest mir nicht zufälligerweise ein neues bauen, oder? Doch. Was habe ich? Holz habe ich? Stein habe ich zu wenig Scheiße. Hallo, Bilbo? Komm! Alle Scheiße hier! Sag, Rorsch! Rorsch! So, was machen wir denn? Was machen wir überhaupt jetzt? Jetzt wollen wir die... Was ist das denn hier? Dann geben wir mal gut gehen. Dun-dun! Oh, das ist doch schön aus. Das ist schön! Oder sollen wir als erstes, äh, die Story spielen und danach erst, äh, die 100% machen, versuchen? Wird auch ne Idee, Leute. Wird auch ne Idee. Gucken wir mal kurz noch, was das hier ist. Gut, dann gehen wir mal die Hauptstory durchmachen. Kannst ihr einen sehen? Äh... So weit müssen wir laufen. Top-Ball-de-den. Oder da hin. Was ist das denn hier? Na, gehen wir mal da hin. Ich kann nicht schwimmen! Da machen wir dann erstmal die Story durch, dann die, äh, Ne-Mission, äh, oder die 100% und gucken, vielleicht schaffen wir auch keine 100% weil ich so nubig bin. Aber das ist ja ein Lego-Spiel, also ich kann eigentlich nicht so... sein. Und dann, äh, jo, würde ich schon vorstellen, dass ich schon das nächste anfange. Warte, da stand doch was. So. Dann haben wir alle Charakter freigeschaltet und dann können wir auch, glaube ich, besser hier interagieren. Und haben genug, hier ist doch eine Abkürzung, warum gehen wir nicht hier lang? Hey, da ist ein Lelandes, da will ich hoch. Upp, geht nicht. Worum geht das nicht? Ah, das Lelanden nehme ich aber mit jetzt. Den will ich mitnehmen. Geht er automatisch, ja? Da geht er automatisch lang. Und jetzt? Ui! Hey, Bilbo, du bist weg, Bilbo, wo bist du? Bilbo, ich glaube, ich halte mich so lange hier auf. Nehmen wir Holz mit noch. Diese Stirn muss so, ich finde sie gut. Eine Abkürzung. Okay, sind wir hier richtig? Ich habe jetzt gar nicht... Ach, ey! Was geht die Tür da auf? Was ist das hier? Wer bist du denn? Quelle, Quelle, Quelle. Sieh dir mal die Quelle an. Ach nein, das kannst du nicht, denn da ist keine Quelle, weil auf alle Fälle sich niemand drum gekümmert hat. Könntest du mir nicht vielleicht an dieser Stelle eine neue Quelle bauen, dann könnte ich aufhören zu reimen. Ja, ja, du Stellequelle. Du Stellequelle, du. Hu! Ha! Hier! Es regnet! Tschau wieder! Hui! Hat er gesagt, das war so Skill so, Skill so, ne? So, Skill. Ich hoffe, ich bin da lang. Dann habe ich ein dickeres Problem, und dann war es noch langmal, und dann sage ich nein, und dann sagt der Spiel Fi-o-line, und ich sage dann Fi-o-man-ika. Wo komme ich denn nicht rüber? Da springen noch andere Seiten, ey, Gandalf. Alter, Pro-Po-Pirat. Ich weiß gar nicht, sind wir hier richtig, oder nicht? Das sehen wir, wenn das Licht angeht. Ha! 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 Ach, hier ist auch ein Zeichen. Was bist du denn für ein Zeichen? Schei- Bescheiden. Bilbo Alt. Okay, gehen wir mal zu Bilbo Alt. Wir werden das auch proben, bei dir. Wow! Das wird hier so ein Fallpart. Sehe ich jetzt schon. Aay, Mann! Superkandalf, on the mission! Das hool doch, hey, Bebel! hey bobo oder weg na wir müssen voll weit laufen noch wo komm ich denn hier wieder raus durch den Busch ah da nehmen wir halt den Weg oder wo müssen wir lang ah ach hier ist auch eine Brücke warum kann Legofigur nicht schwimmen bleibt das in Rachel oder haben die eine richtige Lösung wie bei SSL Squid warum wird die Markierung nicht richtig angezeigt und sind wir überhaupt hier richtig und wir haben schon wieder 11 Minuten hier verbraten wegen wild rumgelaufen ich bin richtig begeistert Hallo Bilbo komm huuu das wäre ja richtig schnell wie sind wir denn da muss da laufen hallo 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 ich bin Gandalf und das ist mein Freund Bilbo und äh keine Ahnung aber 90 FPS ist geil aber 90 FPS ist geil für das Spiel müssen wir hier hin hm hm ich bin stark oder auch nicht auf jeden Fall auf jeden Fall ist hier ein Pfeil Elbenhafen klappt nicht wo muss ich hier hin ja ja verzweiflung Gandalf sag doch was wo müssen wir denn hin hier zu das hier oder was da gehen wir noch hin wenn das immer noch nicht ist dann wo ruhig mal weg doof da ist das nicht angezeigt da ist ne bauerei bauerei ein bauhaus wo die heißen hobbiningen abgeschleppt werden los los oh da sind Äpfel oder da Äpfel oh man kann es als Äpfel bezeichnen 2 3 Äpfel 3 hier müssen wir rein hä so ein Ärger ich habe Bilbo Beutlin neulich meinen besten Hut geliehen und die Schlafmütze hat vergessen ihn zurück zu bringen es ist mir unangenehm daran zu erinnern wenn du in nächster Zeit mal in Beutels End bist könntest du ihn für mich holen bin ich nicht Bilbo Beutlin so ich hab keine Ahnung wo wir hin müssen das ist richtig bescheiden und dann wollte ich auch mal sagen das war per numero 5 von der lego der hobbit ich bin Foxy und wünsche euch einen schönen Abend ciao ciao